So, jetzt wird's aber Zeit für ein leckeres Frühstück von Joyce. Pancakes oder Eggs und Bacon? Ich glaube, ich nehme die Pancakes. Ich glaube, ich würde sie missbrauchen. Ah, du hattest mehr als William, und er liebt sie. Ich erinnere mich, wir würden uns einander ausziehen, um sie aus dem Stag zu holen. Also dieses Mal kannst du mir mit den Ingedienungen helfen. Ich brauche, dass du mir die Ecken und Milch holst. Ecken und Milch? Kein Problem. Okay, das sollten wir wohl hinbekommen. Ich liebe es, dass sie den gleichen Refrigerator haben. Können wir den nicht öffnen? Wo steht denn wohl die Milch? Und wo sind wohl die Eier? Das hier ist die Milch. So, und? Wo sind die Eier? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Eier in der Garage sind. Das wäre sehr merkwürdig. Können wir ihr das erst mal geben? Komm mal, Max. Find those ingredients, so we can chow down. Ja, liebe Joyce, wo hast du in deiner Küche die Eier? Da oben drauf vielleicht. Wäre aber auch merkwürdig. Wo sind denn hier die Eier? Ah. Ich hab mich nämlich gerade tatsächlich gefragt, ob hier sowas wie ein Eiermann rumfährt und die deshalb an der Tür stehen. Danke. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. But she hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce. But... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Tja, was ist los mit Rachel? Be honest, Joyce. Do you think Rachel is okay? Oh Gott, I hope so. She was, is smart. And she always landed on her feet. Maybe I don't know her as well as I thought. Maybe Chloe doesn't either. Sometimes I feel like I don't know Chloe as well as I thought. Oh, Max Caulfield. Are you actually jealous of Rachel? Naja. Gute Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Situation... Klar, ich wäre schon ein bisschen eifersüchtig. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, vielleicht. Weil das jetzt komplett abzustreiten, ist auch nicht wirklich realistisch. So, wie Chloe immer von ihr gesprochen hat. Auch wenn sie Max mag. Das steht natürlich außer Frage, aber... Vielleicht. 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 Rachel war so viel cooler than me. Oh, you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what? A century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila. A breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Müssen wir jetzt gleich etwa mit dem David zusammen essen? Ich hoffe nicht. Oh, Erdnussbutter. Und eine Pflanze. Oh ja, cremige Erdnussbutter finde ich auch besser. Ach so, ich dachte, wir können da nochmal reinschauen. Okay. Oh ja, echt lecker. So, wir sollten essen. Was macht sie da? Sortiert sie irgendwelche Bücher oder Platten? Nee, Bücher. Seeing you again. Ah, made me remember so much. Fotoalbum. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Uh, I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer, I totally remember that day. I'm glad William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure. Run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Okay, das werden wir gleich machen. Die Reaktion von Chloe. Ah, die ist immer so... Ich weiß nicht, auf einer Seite mag ich sie, aber das war jetzt einfach so... So überflüssig. Ich meine, die Mutter hat ja auch unter dem Tod des Vaters gelitten oder leidet noch darunter. Auch wenn sie jetzt einen neuen Partner hat. Und ich meine, wie alt ist Chloe? Ist sie auch 18 oder ist sie schon 19? Ich weiß nicht. Das sind halt so sehr pubertäre Reaktionen. Aber gut. Ja. Wenn sie trauert, dann ist das wohl so. Na, da bin ich mal gespannt. Alles klar. Wir müssen Hinweise sammeln. So, schauen wir mal hier oben rein. Okay. Oh, Hochzeitsfoto. Das ist aber lieb. Zum 18. Ja, dann ist sie jetzt... Ist sie echt 19? Arcadia Bay. Stepdad. Nee, das ist auch nicht wirklich ein Hinweis. Was haben wir hier oben? Trophäe. David has been dragging this head around since 2001. Okay. 2001. Vielleicht ist das schon ein Hinweis. Dallas, dear Hunter. 2001. Irgendwas am Auto. Das tolle Kennzeichen vielleicht, was ja, glaube ich, True Detective ist. Buch, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. To my field angel, keep your wings up. Okay. Ah, vielleicht hier irgendwas unter dem Sonnenschutz. Joyce might as well have wrote, let's get married. Aha. Es war eine Ehre, heute Abend mit dir zu essen. Es ist schön zu wissen, dass es immer noch Gentleman gibt. Ich würde gerne bald wieder mit dir reden. By the way, also ganz nebenbei, mein Name ist Joyce, falls du es vergessen hast. It might be a useful password. To Wales, Diner. 27.11.2008. Okay. Also 11.27.08. Okay. Ach, hier geht's nur wieder rein? Gut. Gut. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was war's jetzt? 11. 11.28.08. Oh, Moment. Ah, 7.2007. Videomessage von den Eltern. Ähm, ein Buch. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Coming back home. Ja, ein Guide für Kriegsvateran. Okay. I could try the license number for the password. Ah, geht natürlich auch. Ich hoffe nur, dass sie sich das jetzt irgendwie automatisch merkt. Sonst hätte ich mir nämlich wirklich alles aufschreiben müssen. Hm. Maybe this ID number might work. Ja, das ist er. In seiner Uniform. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Ja, ich glaube, wir machen es lieber aus. So, hier noch irgendwas? Nein, aber da können wir noch mal schauen. Naturally David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Tja, den Schrank kennen wir nur zu gut. Mit dem Fernseher und den Überwachungskameras. So, jetzt schaue ich doch mal. Wir könnten ja alles mal ausprobieren. Persönlich, Familie, Armee. Was würde ich ihm am ehesten zutrauen? Das ist eine gute Frage. Komm, ich probiere es mit der Armee. Keep your wings up. Ich mach das mal. Worst Hacker ever. Okay. Was haben wir bei Family? Stepdad. Nee, Stepdad auf keinen Fall. Dann das Datum, an dem sie essen gegangen sind zum ersten Mal. Ja! Score! Max, the hacker strikes again. Whoa! Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Moment, Moment. Rachel Amber, Profil. Okay, also war die ganze Woche nicht im Unterricht. Frank und Rachel haben sich erneut getroffen. Rachel avoids her dormitory. Dormitory ist doch das Wohnhaus, ne? Followed Rachel to Lighthouse. Okay, der Reporting Officer ist Anderson Barry. Rachel Amber, 18, wurde um 2.35 Uhr an der Blackwell Academy aufgenommen für eine Kontrolle oder sowas. Das wurde von Michael Madsen berichtet, der beim Sicherheitsdienst vom Campus arbeitet. Okay, sie hatte eine merkwürdige Medical Bag, wegen einer Erste-Hilfe-Koffer oder sowas. His officer was called into questions with Amber, who responds with threats and Daniels. Her bag was found to contain, weil wir jetzt illegal... Oh, sie hatte illegale Medikamente oder verschreibungspflichtige Medikamente dabei. Okay. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Okay. Kate and Dana talking about supplies for Vortex Club Party Drugs, also Drogen, Fragezeichen. Er hat Kate mit ihrer Kirchengruppe gesehen. Sie kennt die Bibel, ja. Kate war im Badezimmer länger als die anderen Studenten. Drogen, Fragezeichen, kann es bestimmt nicht. Kate hat Mr. Jefferson nach dem Unterricht geholfen. Kate has kept to herself since Vortex Club Party, not even church, Drogen, Fragezeichen. Try to talk to Kate about the party. Okay, sie, ähm, ja, wurde sauer und ist weggerannt. Schuldig. Ganz bestimmt nicht. Was? Oh, creepy Bastard. Was zur Hölle? Max Factor, Noir Angel. Okay. Wie creepy. Okay. Können wir das denn... Können wir den nicht irgendwie ausschalten? Oder das irgendwie rückgängig machen? Ich weiß nicht, das sieht er doch 100 pro. Nachricht von Taylor. Moment, wir warten mal eben, bis sie fertig geschrieben haben. So, ich wollte dir danken, ähm, ja, wegen der Sache mit meiner Mutter, der es ja schlecht geht. Wir haben alle gesehen, wie sehr du dich um Kate gekümmert hast, als niemand anderes es getan hat. Danke, Taylor, äh, ich weiß, dass es dich auch interessiert. Wenn du zur Party gehst, ich, äh, würde dich gerne stylen oder mich zusammen mit dir stylen. Ne, ich würde dich gern stylen. Ähm, if I do go, I would love to get a Taylor makeover. Okay, also sie würde, wenn sie zur Party geht, sich von ihr umstylen lassen. Äh, David ist noch nicht da. Okay. Soviel dazu. Soviel dazu. Figures, you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations and Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Oh, oh, Leute. Also, ich meine, ich will auf jeden Fall zu ihr halten, auch wenn ich gerade ihre Reaktion wieder sehr übertrieben finde und die Mutter mir da auch einfach echt leid tut. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. Uh, you were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Uh-oh. You're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Aber wahrscheinlich will sie sich sowieso wieder mit ihm irgendwie zusammenraufen. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Willst du was? Deiner Familie hab ich bestimmt nicht wehgetan. Ganz sicher nicht. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Okay. Sollen wir gehen? Sollen wir echt gehen? Jetzt? Einfach so? Ja, ist wahrscheinlich das Beste. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not going to believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that going to prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shit balls. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank, he needs to check out his RV. And then you rewind after you get the key and, äh, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby-Snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Okay, gut, dass ihr das jetzt hier beide so schnell geplant habt. Oh, eine Nachricht. Oh, von Papa. Von Papa. So, was ist denn das Neueste? Das hier, glaube ich, ne? So, ähm... Ja, er entschuldigt sich, dass sie sich so lange nicht gemeldet hat. Ich weiß, deine Mutter ist sehr stolz auf dich, dass du das Mädchen gerettet hast. Genau wie ich. We have no doubt sending you to Blackwell. What the best thing? Also, ähm, ja. Es ist nach wie vor das Beste für sie. Es macht uns so stolz, darüber zu lesen... Also, über deine Taten in den Nachrichten zu lesen. Und, ähm, das Video zu sehen, wie du mit dem Mädchen vom Dach runtergestiegen bist. Und wenn du nach Hause kommen möchtest, um ein bisschen zu relaxen... And maybe go to a high school... Achso, und wenn du auf eine Schule hier gehen möchtest, die Tür steht dir immer offen. Oh, wie lieb! Und sie schreibt Danke. Aber sie möchte noch hier bleiben. Lass uns später reden. Oh, wie lieb! So, also, Chloe ist jetzt da drin, ja? Was ist das? Wozu hat sie denn more nasty shit? Das ist irgendwie leider nicht synchronisiert. Schade. So, wir sollen jetzt also reingehen. Habe ich das richtig verstanden? Okay, sie sucht irgendwie einen Knochen oder was anderes für den Hund. Und wir besorgen die Schlüssel. Oh. Mal wieder ein toter Vogel. Hier ist noch einer. Ach, dann war das gerade auch einer, der da lag. Oh, Mann. Hier auch. Ja, die kennen wir aber schon. Können wir noch mal mit ihm sprechen? Ja, wenn du wüsstest, mein Lieber. Ich hoffe nicht. Ja, bis demnächst mal. Schade. Dieser Lotto-Gewinner steht gar nicht mehr hier an der Bushaltestelle. Das war ja nicht er, ne? Schlechter Tag. Was? Was? Ja, bin ich auch sehr froh drum, so ein ätzender Typ. Ist was Neues in der Zeitung? Okay, die gleiche Zeitung, die auch bei Joyce auf dem Tisch lag. Schaut mal bitte. Das Muster, was zum Vortex Club passt, was zum Wirbelsturm passt. WTF? Was zur Hölle? So, ich würde jetzt gerne wissen, ja, die obdachlose Frau ist noch da. Dann sprechen wir noch mal mit ihr. Hi, wie geht's dir? Ich erinnere dich. Max, kann ich dir etwas aus dem Diner bekommen? Ich hörte von der Frau, fast aus dem Blackwell Ruf. Kate. Kate Marsh. Ich konnte sie tatsächlich aus dem Ruf sprechen. Das war du? Wenn ich eine Bautel habe, schieß. Wir fragen mal nach Frank, weil er ja gerade hier ist. Vielleicht weiß sie da irgendwas. Na, ich weiß ja nicht. Oder wollen wir es ihr sagen? Ich kann ja noch mal eben kurz überlegen. Vielleicht sagen wir ihr das auch? Spulen dann noch mal zurück, damit wir wenigstens wissen, was sie dazu sagt. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr. Gut, dann spulen wir mal eben zurück. So. Was? Habe ich jetzt nicht weit genug? Was? Hi, how are you? I remember. Okay. Oh, her. So, Rachel and Kate. Wir können ja mal schauen, was sie dann sagt. Okay. Okay, das werden wir jetzt tun. Ich denke, ich glaube, ich kann dir so viel als Chloe trusten. Und du würdest nicht denken, ich bin crazy. Es ist zu late, dass ich jemanden zu beurteilen. Plus, du bist nicht crazy. Ich werde nur sagen, ich sage das. Ich hatte eine Vision von Arcadia Bay, von einem Tornado zu beurteilen. Für echt. Es könnte sein. Ein schlechtes Mojo ist in der Luft diese Woche. Danke für die Beobachtung, Max. Ich denke, das war okay, dass wir das gesagt haben. So. Und jetzt schaue ich mal, was wir hier mit dem Frank machen können, wie wir ihn irgendwie ablenken, um an die Schlüssel zu kommen. Okay. Yeah.